Ich hab gar keinen Puls mehr. Wie viele Meter sind das? Mein Puls wurde nie schon ausoperiert. Wie viele Meter sind das? 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 15... Oh Scheiss, es wackelt ja noch! Ja? Richtig! Rico, gib mir mal ein bisschen Seil! Aber nur weil da die Schraube locker ist. Was für die Schraube? Um das zu befestigen, daher wackelt das nur. Guck da! Ja, jetzt hab ich Schiss! Spring einfach! Mach Augen zu! Mach Augen zu und stell dir vor, du springst vom Dreier! Nur, dass die Sprung etwas länger dauert und dass du auf Beton aufkommst. Rico, gib mir mal ein bisschen Seil! Dann lass ich ganz los! Ja! Ich hab ganz losgelassen! Ich hab ganz losgelassen! Ich hab ganz losgelassen! Ich hab ganz losgelassen! Wir werden, wir werden! Oh, geil! Großer Dachschat bei Pferd! Auf jeden Fall! Das ist übel geil! Ich hab ganz losgelassen! Ich hab ganz losgelassen!